Was ist die Tiere im Juli zum Schlachter? Der hier seit Jahrzehnten finanziell nicht mehr gelohnt hat. Wir sind mit den Tieren hier jeden Tag zusammen. Wir haben die jeden Tag vor Augen. Die Vorstellung, dass die getötet werden sollten, war für uns unvorstellbar. Deswegen haben wir diesen Verein gegründet. Wir sind mit den Tieren. 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 Ich mag Kühe einfach unbeschreiblich gern. Es sind so tolle Tiere, so lieb. Und ich war ganz herzlich, als mein Vater mir gesagt hat, dass er mit den Kühen aufhören wollte und dass er die weggeben will. Und ja, da bin ich schon froh, dass sie jetzt noch hier sein kann. Und jeder, der die Bilder gesehen hat, wie die Tiere heute rausgelaufen sind, der wird sich doch fragen müssen, wo findet er so etwas sonst überhaupt noch? Und diese Lebensfreude, diese Lebensfreude, die Begeisterung, die muss auch jeder gesehen haben. Und irgendwann muss man nicht hier nochmal was wieder zurückgeben. So ist es gekommen. Und ich freue mich darüber, dass ich das gemacht habe. Ich freue mich damit, dass ich da. Amen. Amen. Amen.